Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici 28. März 2019 Denderas Blick in die Akasha-Chronik Heute verspüren wir eine gewisse inneren Unruhe, Unsicherheit, Nervosität. Manche Menschen haben sogar Angst, Verlustangst oder Angst von Nähe. Wichtiges Thema ist zurzeit Liebe Partnerschaft. Und jetzt brauchen wir die inneren Kraft, diese Überzeugung, dass wir Glück haben in die Liebe Partnerschaft. Und genau das nähert sich auch unerwartete Ereignisse, Umbrüche und Veränderungen. Es kommt eine plötzliche Wende. Bei einigen ist sogar möglich eine neue Begegnung, eine neue Liebe. Und das war Denderas Blick in die Akasha-Chronik. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich Willkommen in diesem kurzen Info-Video und damit möchte ich euch informieren. Ich habe ein Video gemacht über die Geheimnisse deines Lebens. Und in diesem Video erkläre ich, was war im früheren Leben. Was ist Karma überhaupt? Was passiert nach dem Tod? Was ist das Sinn des Lebens? Was bedeutet eine Seelenreise? Und wann beginnt das Leben überhaupt? Also volle Geheimnisse. Diese Video werde ich nicht veröffentlichen, aber es besteht die Möglichkeit, diese Video zu bekommen. Dann schreibt mir bitte ein E-Mail und ihr bekommt die Link zu diesem Aufnahmen. Diese Video ist gratis und führt euch bitte zu nichts verpflichtet. Ich bedanke mich voraus für die Interesse. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.